Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Rainbow Six Siege, diesmal im Team mit Kylian, äh mit Wirbelwind, heisst du noch, ne? Ja. Genau, dann nochmal, hallo. Hallo. Julian und Greco sind auch noch dabei. Und, so. Hallo Julian. Weitereit. Weitereit, so jetzt hab ich euch zum Quatschen gebracht. So, was spielen wir? Ach, der hat mir den Sledge genommen. Dann nimm ich Fuse. So, ich nimm einen Fuse. Kannst du haben, wenn du willst. Check ich dir. Merci, Bokur. Zum ersten Mal im vollen Team, ne? Nimm fünf Mann zusammen. Das wird fein. Gut, Jan lädt dir wieder ein halbes Jahr. Nimm mal wieder deine Ultran-Schirrinnen raus. Ne, die sind noch draußen. Äh, glaub ich zumindest. Ja. Musst du auf SSD speichern, das geht dann viel, viel schneller. Hat er, glaub ich, sogar. Hat er. Ne. Dann mach doch was, wirklich gut. Hat mich hier helft. Ich muss hier jetzt mal eine neue haben. Ja, ich brauch noch eine zweite, weil meine langsam voll ist. Okay, Jan. Aber direkt zu 500 Gigabyte. Hab ich. SSD. Ja. Ist gut. Ich will auch. 500 Gigabyte SSD. Ich? Was? Nein, aber ein AMD-Prozessor und stuff. AMD? Oh. Sind die unten, ne? Ne, hier. Na, nein. Na, wo? In den großen, oben, oben. Ah, gut. In, äh, in dem großen Raum oben. Ah, oben, oben. Verwaltung. Das ist oben, oben. Ja, das ist oben. Hm, 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 hm. Ja, wir haben auch kein Fuss. Ne? Ach, verdammt. Da ist ja mal ein geborenes Stegebief, Mann. Der ist aktiv verteilt. Denken da die Kameras, ne? Ja, wo sind die nochmal? Au. Ey, hier ist die Tür auf. Hier ist offen, ja. Ey, ich war hinter der Mauer. Ich war hinter der Mauer, ey. Mach jeder an, ich fühle. Die alte Sau, ey. Oder warst du das? Ach, du warst das. Alter, aus dem dritten Teamkill hier, ey. Jetzt schieße ich es in den Kopf, auf einmal kommt er noch in den Kopf durch. Ja. Ich habe jetzt 25 Punkte, also ich habe minus 100 Punkte, plus 100 Punkte. Oh, geil. Fängt ja schon gut an. Ja. 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 Na ja, guck ich mal an, wie die anderen spielen. Auf, auf. Ja, zwei es haben will. Sehr schön. Eigentlich habt ihr drei, ne? Ja. Ihr habt ja schon drei abgeknallt, also, ne? Der V3er. Wollte ich mal so nebenbei erwähnen, hier, ne? Kann man ja mal sagen. Ja. Was, sag ich mal. Ja. Ja. Zeit auf falschem Ort. Mhm. Ja, wenn wir gerade auf Deck umgehen, ja, dann... Ich geh, glaub ich mal rein. Ach, diese... Ah, diese... Oh, scheiße, Frost. Ich weiß ja, wo ich bin. Äh, da ist gerade... Du, ich muss nicht laufen. Geh doch runter. Ja. Du scheiße. Hey, schau, Frenz auf die scheiß Frostmatte nicht. Da drin, Frostmatte nicht. Au. Ist bereit. Na gut. Ich hab' einen Schreißkampf gespeckt. Ich hab' einen Schreißkampf gespeckt. Ach. Tch. Pfff. Keine Post. Ach. Gepil. Geh' ihm. Geh' ihm. Ich bin doch wohl doch rechts neben dir, glaub ich nicht. Null. Das ist einer. Was? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schööööööön gespielt. Nice! Hier war ja nicht viel zu sehen, ne? Ne, das war ein bisschen... Außer der Dampf war ganz kurz. Ich konnte wenigstens schön mal zu gucken, ne? Und ich bin raus geflogen. Echt? Ja. kann man dich noch wieder einladen einfach drinbleiben geht ja auch die runden start der war genial ich hab gedacht der hat mich abgeknallt ich mach mal umzug eine brauche ich nach oben folge dir da gibt es einen pitfall ich renne mal durch die warte ist verstärkt ich sitze aus dem trockenen so wieder drinnen der rät scharf gemacht ich bin im auge behalten ich meine ich meine ich meine jetzt im gerät nichts es lädt ja an na gut dann würde jeder denkt du bist ein seltspieler also wie mein cj einfach die guten ziehen reinschneiden einfach raus raus wie hast du denn das wohl gestellt ich hab wirklich im video gemacht dort habe ich alles zugeschnitten schau mal bei Fubra ich bin ja nicht eh wieder tot und dort wo keiner denkt ist eine frostmatch dort machst du eine hin die fusel hinter dir glaube ich rein ja das gerät ist platziert einen hat er noch ok ich fahrt alle wo so bei dir ist er dir einer ist eine frostmatch wo ah dort vorne meine giftigen kleinen karlchen sind platziert meine giftigen kleinen tüfen aha ah das sind verletzten gehört glaube ich zumindest mädchen bereit lol was wo ist er denn ist er denn super hier oben auch noch nach oben nach oben links von mir auch noch einer oh drinnen ist einer links 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 dort beim drop ja da alter den hab ich doch getroffen in die klöten geschossen wo war der in der recke direkt da wo der droppt der ist da hinter dem jahr 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 der spy weißt du denn eine runde gönnen wir den ja 92 14 creepy wir auch noch dritte vierte runde aufhören ja gönnen wir den wir suchen mal die comebacker naja nächste runde nehm ich auch mal fuzeln wir müssen dann auch noch zweimal verlieren dann können wir gut gewinnen wenn wenn 3 1 steht na klar auf jeden fall na klar auf jeden fall er hat zwei Meter aufgehangen hat er die hat ich auch noch nicht versuch das immer aber bei mir fliegen sie durch die Gegend durch ja die wo sie hin sollten dann einen gelben rauch ey ähm oder warte mal soll ich Montage nehmen ich bin der beste ne Montagne 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 am Arsch das heißt Montagne Montagne am Arsch Montagne am Arsch ja geht auch ich gehe jetzt ja ich bin wie die Beifahrer Cam die Beifahrer Cam? was? ja hier bei mir ja ich gehe mal davon aus was jetzt runter geht ach ja stimmt ja zum Glück bist du die sind unten die doch sind unten ja die sind unten ja da bin ich halt nicht dran ich gehe mal zu Tetsch oh hallo hat mich nicht gesehen die rennen nach oben ja 10 Sekunden na ich gehe mal vorne Haupteingang rein ich mache Schutzbarriere ja die würde Sport Kitsch machen wieso ich muss sagen meine Autocam ist echt geil super nie gesehen aber gut ach die meinst du hier in dem anderen baby untersteh dich direkt ah die sind unten ach ach die sind ganz oben oh Gott hier ich höre dich an hier hier ich höre dich an ah da unten hier hier so da hat sie eine scheiß Gott schlechtere Cams kann man nicht durch platzieren nein sieht man hier von die Mannen hast du eine Kamera drinnen gekauft? achso machst du ich öffne mal den schönen booten na hier oben ist einer ich sehe irgendwo wo man öffnen kann das ist clear gut au feindliche Aktivitäten bedrohung oder kein korrigiere mich oben ist keiner mehr unten unten auch nur so ein halber ach weiß woanders und wo weiß noch der ist hier drin er ist verletzt Oh Nicht lange What? Wo war der? In dem scheiß kleinen Raum Das war jetzt peinlich Der ist verletzt Wenn der wirklich da war, dann war das peinlich Wieso wirst du nicht mehr Priefer an den Enkel? Den ist das egal, aber Warte So, nehm ich mal den Dicken Dicken? Ja, den Dicken Tashanka Achso, ja Wieder nach unten Unser Archiv Entschiff Juh Ach Ja Und holst du die neuen Operator? Die Elite Skins Holst du von euch die neuen Elite Skins? Würde ich auch nicht machen Das sind alle hässlich Ja Mondland Unger Rook Ja Echt so? Oh Geil Oh mein Gott Was machst du denn hier? Eine falsche Taste gedrückt Ja, das sieht man auch Oh, heiße Weiß es noch Valkyrie? Ah, was raus? Ja Twitch haben sie auf jeden Fall Oder 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 Geisel um den Haus Der war bessern Ne Oder gar nicht mehr Doch, dort, weil ich sie auch vorsehen erschossen habe weil ich erschocken bin Ah, je, 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 ja. War vielleicht dumm. Ja, das ist ja dumm. Hier wird irgendwo ne Kamera nach oben. Okay. Ich hätte noch nie verharrt. Yo. Willst du mich? Hä? Äh, jetzt ist fertig. Die sind wieder oben. Okay. Boah, das ist mal ein geiles Loch. Wollte ein geiles Loch sehen? Schalte. Okay. Bist du geschluckt? Achso, ja, das hab ich schon gesehen. An der Treppe. Oh, ja. Wieso? Was macht ihr denn da? Kann ich hier auf die Tür aimen? Kann ich hier auf die Tür aimen? Kann ich hier in die beiden Ecken weg? Kann ich hier in die beiden Ecken weg? Kann ich hier in die beiden Ecken weg? Wir halten das mal. Bei mir sind sie. Okay. Okay. Jetzt Bulldog nicht mich abschließen. Total. Keine Sorge, ich bin tot. 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 Angeschossen. Angeschossen. Und weg. Ah, scheiße die Sau hat mich. Ah. Genau in dem Moment habe ich ihn verletzt, dass es zu spät war. oh scheiße oben 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 jolo hier kommt der treppe unter die wendeltreppe die aufnahme ist so ich bin nicht bock gebraut hier ich bin dein persönlicher Mann-Touch ach nein nicht Revolver vielleicht...oh nein ich gar nicht Revolver hat bei einzelnen Rückschuss bis zum Mond weißt du warum Mond ne? ja Mondlandung ja Rook Rooklandung ne volle Rooklandung der ist aber auch hässlich ja so einfach mit dem kannst du dich nicht mehr mehr verstecken konnten wir vorher auch nicht eigentlich so ne Disco-Gugel jetzt hat der noch irgendwie so keine Ahnung alles was vorher blau war ist jetzt selber schon wieder einer weg ja die ist aber eh macht ihr denn immer? meh keine Ahnung Garage gute Arbeit der hat ja nebenbei noch mal ne Fünnchen hoch achso Homemade ja ja die Ohrnuss die Ohrnuss Ohrnuss sooo hätte ich wohl doch besser schon mal genommen ja die wollte ich auch erst nehmen aber der ist immer so ich weiß nicht die Waffe von dem die zappelt immer so ja äh Insel mhm Tetscher aber jemand hier und ach immer ein ja man ja 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 ich weiß hab ich schon gesehen ach c4 c4 da ist meinst Valkyrie glaube ich ey der trefft mich wenn ich hinter der Tür stehe ja der trefft mich wenn ich hinter der Tür stehe ja er ist auch haben gesehen die hat ja noch viel zu wenig Muni die hat ja noch viel zu wenig Muni und die hat ja noch viel zu wenig Muni ja das ist zwar ruh nice Ach lück mich doch hhmmm psst Oh, gehst du da hinten weiter zu hier? Scheiße, Frieder! Ach, höh doch da an! Marvell, durchs Recher! Bisschen hier? Naja, okay. Ist doch gut angekratzt, aber ist nicht draufgegangen. Ach, hab keine Ahnung. Gucken, ob da jemand rumgammelt da oben. Haha, blöd Hammer! Hä, wo ist die? What the f- Hä? Ach, da hinten! Ach so, Jungs. Ah, Mann, ist doch schlecht. Gerade wo ist gerade der See bei... Mach die roten Punkte von den Waffen ab. Ach, scheiße! Ach! Scheiße, zwei Seiten! Du gehst wieder. Leute, da sind's, äh... Unten ist einer und dahinter der Medina. Hallo! Und an der Garage steht auch noch eine. Ja, ja. Ach, doch! Ach, diese Laser-Pointer habt ihr doch gemacht. Die kann man an den Wänden sehen, wenn die gekommen sind. Naja, ich weiß, ich hab die auch abgemacht, die Laser-Pointer. Ja. So. Vielleicht mal wieder eine gute Runde mit Jäger. Ich weiß, ich wollte nicht gut mal French. So, welchen nehmen wir? Ah, Club-Pass wäre jetzt geil. Dann könnten wir noch gut gewinnen. Boah, ja. Ja. Der beste Glitch alleszeit. Garage? Ja. Mute. Mute. Ah, gut. Spawn-Pick, glaube ich. Ja, das war nicht so ein gutes Match, war? Ja, noch haben wir nicht mehr in Ordnung, ja. 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 Denk nicht so negativ. Aber ich stell mich zur Zeit mindestens ein bisschen blöd an. Gut, ich auch. Lässt dich einfach töten in der Hälftebunde. Ja, aber ich stell mich. Ah, diese Aue, jetzt fern ich gesund, Alter. Die Bank ist verstärkt! Oh, hier. Hadewatt. Was schlägt er? Okay, muss vor. Du 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 du. War doch irgendwo ne Luke. War doch ne Luke. Ja, ja, hier drüben. Da. Ist doch die Tür drüben. Auf dem Blasenzimmer. Auf dem Blasenzimmer. Auf dem Blasenzimmer. Ja, wir haben noch was gelaufen. Ah, die haben ja meine Wattungen. Ach, Mann. Ah, Mann. Ja, wir haben Watt gelaufen. Bitch haben sie. Auf dem Blasenzimmer. Mann. Halt, ich komm noch. Okay. Safe den Trapphaus. Ah, das ist nicht zu. Wo ist die? Was sind die Trapphaus? Ja. Direkt ganz am Anfang an der, an der, an der, äh, Tür. Hau... Haupttür. Haupttür, ja genau. Sie sind am Twitch. Wie versteckt mich dort wo hier keiner denkt dass ich bin. Ja. Hallo Frau. Montage haben sie. Die Twitch. Wieder mal rumalbern hier. Hm? Wieder mal rumalbern hier. Ey, sie juckt sie einfach nicht, dass wir sie die ganze Zeit beobachten. Sch-sch-sch-sch. Hier ist einer. Ja, kommt zu oben. Pass. Hier ist kein Risiko. Scheiß Bruchpilot. Montage. Wir sind noch nicht im Battlefield. Doch. Wir haben noch nie drühen, nie. Okay, einer ist noch draußen. Also nur noch Montage, der bei Bandit ist. Warte, Tetscher ist verletzt, der ist da draußen. Ah, LOL, hier oben. Lichter. Okay, jetzt ist nur noch ein. Verletzter Montage ist da hinten. Montage. 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 LOL, der Krass. Da ist. Okay, jetzt können wir gut noch einmal verlieren. Alles klar, lag er da oben oder was? Ja, der hat sich da hingelegt. Also das war schon ein schöner Fehler von ihm eigentlich. So, hier nehme ich. Komm, ich nehme mal den hier. Oh, ich glaube nicht, ja. Kapital! Was soll ich nehmen? Ah. Let'sch. Oder esch. Oder Montage. Oder so. Montage. Du hast wieder deinen Royal Scan. So, so. Schon 25 Minuten am Aufnehmen. Deshalb cool und so. Oh, so. Oh, so. Das Rennen wird wieder lange dauern. Äh. Es geht ja. Aber es ist einfach ein sehr guter Datei. Also ich glaube, wir sind im Archiv. Um. Um? Ich weiß gar nicht. Um unten. Ja. Hey, unten sind sie nicht. Die sind so scheiße. Dann sind wir wieder Verwaltung irgendwo. Gut. Ja oben, dort wo sie in der ersten Runde. Warum? Switch. Ich dachte, du zerstößt die Scheiße. Voll reingefahren. Hat dich gegenseitig abgeknurkelt? Ja. Ich fand nicht wohl abgeschossen. So, wir gucken auf die Fenster an. Au! Das ist wegen gestern. Gehen wir uns dann weiter! Du weißt, wie Rank und wo liegen die 10 Kurte? Nee. Warte, komm auch. Das ist nur noch Nachladen. Die Franzosen gehen rein. Gott, ist ein Camp. Und wo? Ach ja. Ja, wir müssen beide nicht zu verbeden. Na ja. Ja, ist ein Loch. Gott, ist Puls dumm. Äh, da das Fenster ist safe, soweit ich sehe. Ja, da ist safe. Generell. Ha! Hu! Jo, Montage! Sieh, sieh, warte. Ich töte sie. Hier ist irgendwo einer. Einer ist der letzte. Ach! Schieß sie mal rein oder spreng auf! Spreng auf! Ich bin allein hier sogar. Da drüben! Da auch. Achso! Nice! Jo! Ich hab dir eigentlich alles gemacht mit Montage! Ich hab jetzt gesamt! Nice! Sehr schön! So! Komm, ich möchte mal den hier spielen. Den, äh, wer ist einmal? Den Doktor? Doktor Evil. Evil Knievel. Und ich nehm. Wohin! Ja, wo gehen wir? Auch nach oben gehen, oder? Echt, oder? Auch Verwaltung, ne? Ja, das mal testen, oder? Ich hab die ganze Zeit fast den Arsch versorgt gekriegt. Jetzt haben wir, äh, zwei Fette hier rumlaufen. Komm doch in die... Ja! Ich roame aber! Äh, hat er eine Impact? Ne. Ach! Ihr müsst mich erinnern, dass ich noch dieses, äh, Medic-Zeug hab, ne? Nicht, dass ich es wieder vergesse. Ich vergesse es immer gerne. Heile dich lieber selber! Ja! Der besser! Hast du, glaub ich, mehr von! Es sei denn, ihr, mich erschiebt's wieder jemand! Von euch! Jeder, jeder einen Schuss angeben auf ihn! Ja! Wir werden Free Tour! Gut! Den Egel kurzen! Ich spring aus dem Fenster! Wir müssen den Biot! Ist so hoch, ne? Auch schuld! Nicht! Da haben sie sich aber gut entschieden! Rüstung hier! Nicht so hoch, ne? Ja! Ja! Lass uns daIO bei dir! Ja! Ich fahr' den Biot! Ja! Und dann haben wir hier ein Biot! Ja! Und dann haben wir einen Biot! Boah, Mensch, da sieht die, du Dreck, oder? Sieht die, du Kämmern, ververlägt's! Irgendwo noch ne Kämmer. Ähm, sie sind in Süden gespawst. Confused, mit Enkel. Oh geil. Komm ne Kamera vom Tüber. Zwei hier in Bomben, aber hier an. Ah, da sehe ich, wenn sie kommen. Oh, bei mir ist einer. Okay, einer ist rausgeflogen. Die kommen alle hier hoch. Wo? So, einer down. Ah, Fuse haben sie, Fuse haben sie. Hier drinnen, ne? Wo ist sie? Wo ist sie? Oh, sie sind schlecht hier. Wo ist sie? Wo ist sie? Dach oder so. Da oben. Sehr schön. Der war für unsere Runde. Wahnsinn. Geil. Natürlich gewinner. Was war denn das denn? Dumm. Tony, durche, hat er er Soy decepiddich hat. Bei odia. Es war aber einfach gemacht jetzt. Ach gatt es ist ¡Na ja! So, ich sag da mal tschüüüüüüocus Leute, sagt mal tschös. Tschöööö. Bis zur nächsten Folge. Adios. Denkt an de Daumen. ARUS.